Der Arbeitskreis ISA Implementierung hat neue Fragen und Antworten entwickelt. Dieses Mal geht es um die Prüfung des Lageberichts nach IDW PS 350 neue Fassung. Herr Konellis, den ich hiermit herzlich begrüße, ist der Vorsitzende dieses Arbeitskreises. Herr Konellis, was waren die Beweggründe, die Sie und den Arbeitskreis dazu bewogen haben, diese Fragen und Antworten zu entwickeln? Der PS 350 in der neuen Fassung, der jetzt in der bevorstehenden Busy Season erstmals anzuwenden ist, ist ja bereits vor zwei Jahren verabschiedet worden. Man hat damals bewusst eine lange, eine zweijährige Übergangsfrist eingeräumt, um den Häusern Zeit zu geben, mal Praxiserfahrung zu sammeln. Einige Häuser haben bewusst vor gut einem Jahr eine Pilotierung der neuen Lageberichtsprüfung anhand konkreter Beispiele mal durchgeführt. Und wir haben dabei festgestellt, dass sie sehr ähnliche Anwendungsfragen und Anwendungsprobleme hatten bei den neuen Lageberichtsgrundsätzen. Und nach entsprechender Rücksprache mit der EDW-Geschäftsstelle kam dann der Wunsch auf oder der Vorschlag auf, doch zu dem Thema Fragen und Antworten herauszugeben, die diese Anwendungsüberlegungen eben dem gesamten Berufsstand zur Verfügung stellen. Und das haben wir dann auch begrüßt und gemacht im Rahmen des Arbeitskreises dieser Implementierung, wie Sie schon sagten, mit Unterstützung von einigen Kollegen des Arbeitskreises Lageberichtsprüfung. Und ja, ich bin mit dem Ergebnis ganz zufrieden. Ich bin auch sehr glücklich, dass es jetzt im Rahmen des EDW-Lives in der November-Ausgabe veröffentlicht werden konnte, sodass, denke ich, alle Kollegen die Gelegenheit haben, noch vor der erstmaligen Prüfung der Lageberichte nach den neuen Grundsätzen, durch das Lesen dieser Fragen und Antworten, einige praktische Tipps zur einfacheren Umsetzung der Lageberichtsgrundsätze zu erhalten. Ja, und dann kommen wir schon dazu, welche Themen wir handeln, die Fragen und Antworten. Ja, wir haben uns die Mühe gegeben, den gesamten Prozess der Lageberichtsprüfung von der Planung bis zur Prüfungsdurchführung zu behandeln. Und zwar sein Anliegen, auch echte Praxisbeispiele zu geben, beispielsweise zur Frage der Dokumentation. Wir haben zwei tabellarische Übersichten aufgenommen in die Fragen und Antworten, wo beispielsweise die aussagebezogenen Risikobeurteilungen dokumentiert werden können oder gegebenenfalls festgestellte Fehler im Rahmen des Lageberichts. Und zwar gleichermaßen wichtig, darauf hinzuweisen, dass, während solche Übersichten bei komplexeren Lageberichten sinnvoll sind, bei kurzen Lageberichten ja durchaus nur drei Seiten ausmachen können, dass auch alternativ denkbar ist, die Dokumentation von Risikoeinschätzungen oder Fehlerfeststellungen unmittelbar im Lageberichtsexemplar selbst vorzunehmen, um das halt so effizient und so einfach wie möglich zu gestalten in der Praxis. Ein letzter Schwerpunkt vielleicht noch, uns war es wichtig, nicht die Lageberichtsprüfung stand alone zu diskutieren, sondern aus Sicht der Abschlussprüfung zu beschreiben und insbesondere die Unterschiede zur Abschlussprüfung zu thematisieren. Um mal ein Beispiel zu nennen, in der Abschlussprüfung sind wir es gewohnt, Wesentlichkeitsgrenzen immer im Vorhinein festzulegen und zu dokumentieren. Bei der Lageberichtsprüfung besteht die Besonderheit, dass für die historischen Finanzinformationen im Lagebericht, die ja aus dem Abschluss entnommen sind, das nicht notwendig ist, weil dort gelten die bereits dokumentierten Wesentlichkeitsgrenzen aus der Abschlussprüfung. Für die sonstigen Angaben im Lagebericht, also zukunftsbezogene oder nicht finanzielle Angaben, sind demgegenüber nur allgemeine Wesentlichkeitsüberlegungen anzustellen, die zunächst bei der Prüfungsplanung keine Dokumentationspflichten auslösen. Erst wenn im Sonderfall mal ein nicht korrigierter Fehler beispielsweise bei den nicht finanziellen Angaben vorliegt, müsste ich dann konkret die Wesentlichkeit dieses Fehlers würdigen und das dann dokumentieren, bevor ich das Prüfungsurteil abgeben kann. Herr Cornelis, was war die schwierigste Frage, die Sie bei der Entwicklung der Fragen und Antworten lösen mussten? Die schwierigste Frage, ja, wenn ich mal als Maßstab dafür nehme, was wir am längsten diskutiert haben, dann ist das ohne Zweifel die Risikobeurteilung im Lagebericht. Es gibt nämlich eine Besonderheit, dass die normalerweise, so heißt es wörtlich im Standard, zumindest auf Ebene der Informationskategorien stattzufinden hat. Das ist insofern ungewöhnlich, weil wir es aus der Abschlussprüfung ja gewohnt sind, für jede einzelne Angabe im Abschluss, sprich für jeden Abschlussposten, gegebenenfalls sogar für einzelne Anhangangaben, gesonderte Wesentlichkeitsüberlegungen anzustellen und zu dokumentieren. Im Lagebericht machen wir das, wie gesagt, für die Informationskategorien insgesamt. Das sind konkret die Kapitel im Lagebericht. Und das war etwas gewöhnungsbedürftig zu beschreiben, was es denn bedeutet, beispielsweise die Vollständigkeit der Chancen- und Risikoberichterstattung insgesamt einzuschätzen oder bei der Richtigkeit der Darstellung des Geschäftsverlaufs eben auch auf das Kapitel zum Geschäftsverlauf insgesamt abzustellen. Das heißt, es geht nicht darum, wie groß das Risiko ist, dass eine einzelne Zahl oder ein einzelner Satz in diesem Kapitel falsch ist, sondern es geht um die Risikoeinschätzung, ob die Fehler so groß sind, dass die Darstellung des Geschäftsverlaufs insgesamt wesentlich falsch ist. Das ist hier der Regelfall. Es gibt aber eine wichtige Ausnahme. Das sind sind Angabegruppen oder Einzelangaben, die von grundlegender Bedeutung für den Lagebericht insgesamt sind. Und hier erschien es uns am Ende sinnvoll, durch konkrete Beispiele mal zu erläutern, wann liegt so eine Situation überhaupt nur vor? Und die Beispiele sind typischerweise tabellarische Aufstellungen, die das Hauptgeschäftsfeld eines Unternehmens sehr plastisch darstellen. Beispielsweise eine tabellarische Übersicht über die Wohnungsbestände in einem Wohnungsbauunternehmen, aufgegliedert nach verschiedenen Städten oder Standorten mit Veränderungszahlen zu Vorjahren. Das wäre so eine tabellarische Übersicht, ein grundlegendes Verständnis über die Lage des Unternehmens insgesamt vermittelt. Alternatives Beispiel wären Statistiken zu Passagierzahlen eines Flughafens, unterschieden nach nationalen, europäischen und internationalen Flügen. Das wären solche Tabellen grundlegender Bedeutung, für die gesonderte Wesentlichkeits- und Risikoüberlegung anzustellen sind. Aber das sind Ausnahmen und nicht die Regeln. Ja, vielen Dank, Herr Cornelis, für diesen kurzen Überblick über die Fragen und Antworten zu EDW PS 350. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, im Mitgliederbereich der EDW-Website finden Sie weitere Hilfestellungen zur Anwendung des EDW PS 350 neue Fassung. Dort haben wir zum Beispiel einen Podcast mit dem Thema die Prüfung des Lageberichts. Wir haben dort auch einen weiteren Podcast, der hat das Thema nicht prüfungspflichtige Inhalte der Berichterstattung. Außerdem finden Sie dort auch Skripte und Videos von unseren EDW-Landesgruppenveranstaltungen. Außerdem hat der Arbeitskreis Lageberichtsprüfung schon im Juli 2018 einen Aufsatz in der WPG veröffentlicht. In diesem Aufsatz sind die Neuerungen nach EDW PS 350 neue Fassung genau beschrieben. Ja, und damit bleibt mir Ihnen ganz herzlich für Ihr Interesse zu danken und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.